Guten Tag, mein Name ist Zinnak und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe Highlights aus mehreren Videos zusammengestellt. Lasst uns gemeinsam auf eine kurze kulinarische Reise gehen. Ein guter Tag beginnt mit einem ausgewogenen Frühstück. Ich koche leidenschaftlich gerne und möchte daher gerne mit euch meine einfachen, schnellen und leckeren Rezepte teilen. Kartoffeln können gebraten, gekocht, frittiert oder im Ofen gebacken werden. Wirklich abwechslungsreich. Kochen und Backen, nicht nur eine Heimarbeit, sondern auch eine Kunst, die Spaß machen kann. Essen zubreiten, mit viel Liebe und Glückseligkeit. Kuchen und Desserts sind eine Freude fürs Leben. Essen im Mund, das Herz ist erwärmt. Alle Probleme verschwinden und das Glücksgefühl ist voll da. Früchte sind reich an Vitamine und schmecken köstlich im Kuchen. Ich freue mich, Sie hier zu sehen. Good Food ist Good Mood. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.